Deine Fähigkeiten werden aufs Traurigste verschwendet in diesem Nest der Schwachsinnigkeit. Ich hab viel zu tun. Ich muss mich um Mama und das Haus kümmern. Ich will nicht mehr so tun, als könnte ich in einer Sim leben. Es ist nicht echt. Was ist das? High-End VR, Flynn. Die wollen, dass ich einen Beta-Test mache. Für einen fetten Haufen Kohle übrigens. Lehn dich zurück. Schließ die Augen. Hör auf damit. Zähl von zehn rückwärts. Das ist London. Aber das London 70 Jahre später als ihre Gegenwart. Es war, als wäre ich dort. In deinem Körper. Sie sind in einem Peripheral. Sie steuern diesen Körper, als wäre er ihr eigener. Krasse Scheiße. Ich dachte, ich spiele eine Sim. Und dann stellt sich heraus, dass wir bluten, wenn man uns piekst. Das ist die Meinung. Und so ist das. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020